Ich freue mich, dass er da ist, der Sozialtheoretiker Hartmut Rosa. Er ist neuer Leiter des Max-Weber-Kollegs und jetzt ist er zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Herr Rosa. Hallo, ich grüße Sie. Eine ehemalige Studentin von Ihnen hat gesagt, naja, der hätte mal sein Buch nochmal lesen sollen, dann hätte er vielleicht den Job nicht angenommen, hat er sich das gut überlegt. Also er redet über die Beschleunigung als Entfremdung und jetzt nimmt er noch einen zweiten Job an. Hat Ihre ehemalige Studentin vielleicht recht? Sie hat nicht ganz Unrecht, sagen wir mal so. Ich habe das mir auch tatsächlich lange überlegt, weil natürlich kann man erst mal sagen, und das kam mir auch selber so vor, als wäre das einfach eine weitere Steigerung und folgt genau diesem Spiel immer noch was drauf und dann noch ein bisschen mehr unterbringen. Aber ich glaube, dass die Bedingungen jetzt so sind, dass es tatsächlich sowohl mit dem Max-Weber-Kolleg gut klappen kann, als auch mit dem Job in Erfurt und noch mit meiner eigenen Forschung. Das sind zwar drei Dinge in einer, aber es sind drei Dinge, die irgendwie zueinander passen und die man vielleicht so füreinander fruchtbar machen kann, dass das eine das andere jeweils begünstigt und nicht einfach noch eine Zusatzaufgabe drauf ist. Also ich würde sagen, ich habe es mir ganz gut überlegt und vorerst bin ich optimistisch, dass das auch gut klappt. Zu Ihrer Entlastung muss ich sagen, Sie haben auf die Mail nicht sofort reagiert. Also es hat ein paar Tage gedauert, bis eine Antwort kam, was ungewöhnlich ist. Das tut man ja nicht. Man muss auf eine Mail sofort antworten, ganz schnell sein. Und dann kam von Ihrer Kollegin, ja, es könnte möglicherweise klappen. Und dann habe ich mich auf Ihr Tempo eingelassen und dachte, naja, das wird schon irgendwie werden. Du darfst sie jetzt nicht unter Druck setzen. Da dachte ich, das ist aber unhöflich, dass er nicht antwortet. Der reagiert ja gar nicht. Und dann dachte ich, naja gut, der hat wahrscheinlich Stress mit zwei Jobs und hin und her und ist ja auch ein viel gefragter Mann. Und irgendwie sind wir trotzdem zusammengekommen, obwohl sie nicht sofort auf die Mail geantwortet haben. Es geht also, oder? Ja, es geht irgendwie. Also es ist schon so, dass ich tatsächlich meine E-Mails häufig einfach nicht mehr zu Ende bearbeite, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich bräuchte den ganzen Tag, um sinnvoll damit umzugehen. Es ist ja auch nicht damit getan, schnell zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Weil um zu entscheiden, ob eine Sache wichtig oder interessant ist, muss ich sie erstmal gelesen haben. Und das braucht schon ordentlich Zeit. Deshalb lasse ich tatsächlich häufig meine E-Mails ein paar Tage liegen, manchmal auch eine Woche liegen. Und zum Beispiel in dem Fall hat es dann meine Sekretärin gefunden und gesagt, und dann folge ich auch ein bisschen der Idee zu sagen, naja, wenn einer sich das zweite oder dritte Mal meldet, dann liegt ihm offensichtlich wirklich was dran, sodass da einfach ein paar Filter da sind, um nicht sofort auf jede Anfrage reagieren zu müssen. Wir können ja in dieser Zeit alles steigern. Also wir können die Leistung steigern, das Wachstum steigern. Wir können uns steigern, körperlich, geistig und so weiter. Aber mit der Zeit, die haben wir nicht so richtig im Griff. Die haben wir irgendwie nur begrenzt. Und ist das das Problem unserer Zeit, dass das einzig knapp gut tatsächlich ist? Ich glaube, es ist das Knappste von allen Gütern. Es gibt natürlich auch andere knappe Güter, aber tatsächlich können wir fast alles vermehren. Also Geld ist ja ein Klassiker für das, was knapp ist. Geld muss in der kapitalistischen Wirtschaft knapp sein, sonst funktioniert der ganze Wirtschaftskreislauf nicht. Aber man kann es natürlich vermehren und das tut man ja auch mithilfe der Notenbanken. Und es gibt diesen alten Benjamin Franklin Spruch, Geld ist Zeit. Mit dem kleinen Unterschied, dass man Geld vermehren kann, aber Zeit nicht. Und deshalb kann man Zeit nur verdichten. Und das ist genau das, was wir alle tun. Also wir müssen die Mengen, die wir steigern, immer in der gleichen Zeit unterbringen. Also wir müssen in der gleichen Zeit, sagen wir, in einem Tag mehr Dinge produzieren, mehr Dinge konsumieren, mehr Kontakte pflegen, mehr Optionen verwalten. Und das erzeugt dieses Gefühl, dass Zeit der immer knapper werdende Rohstoff ist. Also manche sagen, und ich finde, da ist durchaus was dran, Zeit ist schlimmer als Rohöl. Weil Rohöl kann man substituieren durch irgendwas anderes. Also wir leben gar nicht im Zeitalter der Ölkrise, sondern im Zeitalter der Zeitkrise. Und dieser Zeitdruck entfremdet uns, sagen Sie, dazu kommen wir gleich. Die Zeit hat geschrieben, Rasten statt Rasen. Der Sozialtheoretiker Hartmut Rosa sucht nach dem richtigen Tempo in der beschleunigten Welt. Gibt es ein richtiges Tempo und gibt es ein falsches Tempo? Also nicht unbedingt ein generalisierbares Tempo für alle Menschen. Also ich bin mit so einer Überschrift wie Rasten statt Rasen nicht besonders glücklich, weil eigentlich hasse ich es, wenn man mich als Entschleunigungsguru oder sowas bezeichnet, weil das nie mein Thema war. Ich habe versucht zu verstehen, wo diese Beschleunigungslogiken herkommen, zu was die führen, was die antreibt und auch natürlich auch, was da möglicherweise Probleme sind. Aber ich glaube wirklich nicht, dass einfach langsam machen, entschleunigen die Lösung ist für alle Probleme. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht die Lösung, weil erstens können wir nicht alles lassen, wie es ist, und einfach nur langsamer machen, sondern Zeit ist nicht etwas, was dazu kommt zu allen anderen Dimensionen, sondern was in allen anderen Dimensionen drin ist. Und natürlich würde niemand sagen, die Welt muss einfach langsam sein. Ich wünsche mir auch keine langsame Achterbahn oder ein langsamer ICE oder eine langsame Internetverbindung. Die Frage nach dem richtigen Tempo ist schwierig. Ich glaube, dass Menschen sich entwickeln, auch als Spezies entwickeln. Also die Geschwindigkeit, mit denen wir heute leben und wo wir uns heute wohlfühlen, haben Menschen früher als extrem schnell empfunden. Also als die Eisenbahn eingeführt wurde, gab es sogar medizinische Untersuchungen und natürlich ganz viele Erfahrungsberichte, 30 Stundenkilometer etwa das äußerste sein, was das menschliche Gehirn und der Sinnesapparat bearbeiten können. Das ist ja auch klar, wenn Menschen aus dem Zugfenster guckten, dann haben sie den Bahndamm fixiert und nur noch vorbeihuschende Farben gesehen. Die konnten nichts mehr fixieren und es wurde ihnen übel dabei. Wir mussten das erst lernen, in die Ferne zu gucken. Und heute wird es uns bei 30 Kilometern auch schlecht, aber weil es so langsam ist, weil wir uns schwarz ärgern. Also es gibt nicht per se das ein für alle mal richtige Tempo. Aber es gibt, glaube ich, im Leben eines jeden Menschen ein Tempo, das er als angemessen insofern empfindet, als es ihm noch erlaubt, sich die Welt anzuverwandeln. Also wirklich in Kontakt zu treten mit Menschen und Dingen oder mit der Natur. Sie haben in einem Vortrag gesagt, Zeit ist sozial konstruiert. Was meinen Sie damit? Also ich meine damit, oder ich will damit darauf hinaus, dass uns ja zunächst Zeit wie so ein Naturding vorkommt, dass man also denkt, naja, die Zeit ist einfach gegeben. Und dann sagen auch häufig Leute, ja, ich habe ein Problem mit der Zeit, ich nutze sie falsch oder ich teile sie falsch ein. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass die Zeit nicht einfach gegeben ist. Alle Eigenschaften der Zeit, also das Tempo, mit dem wir Dinge tun, die Dauer, wie lange ein Vorgang dauert, der Rhythmus, in dem sich Dinge wiederholen, auch die Sequenz, das heißt die Reihenfolge, in der sie sich abspielen, alles das ist sozial konstruiert, weil es einfach im sozialen Leben, im Handeln, aber auch im Denken über Zeit und über das Leben sich herauskristallisiert. Und die Folge davon ist, dass unsere ganze Zeitkonzeption, unsere Zeitwahrnehmung insofern sozial konstruiert ist, als sie die Folge gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Also zum Beispiel, wie wir mit Vergangenheit und Zukunft umgehen und deshalb auch, wie wir Gegenwart erfahren, wie weit wir in die Zukunft planen, was uns die Vergangenheit bedeutet, inwiefern wir uns daran gebunden fühlen. Alle diese Dinge sind abhängig von Kultur und Gesellschaft und eben nicht einfach im Sinne einer physikalischen Größe Natur gegeben. Andererseits ist ja Zeit auch ein Gefühl. Also ich höre immer die Alten noch reden, als ich Kind war, oh Kinder, wie die Zeit vergeht und die Zeit vergeht so schnell. Jetzt höre ich mich selbst reden und sage, Mensch, die Zeit vergeht aber schnell und man sieht es an den Kindern und überhaupt, die Zeit rast. Und andererseits, wenn man jetzt im Wartezimmer sitzt oder irgendwas schnell vorbeigehen soll, dann scheint die Zeit stehen zu bleiben. Das ist ja auch dann auf der anderen Seite so eine subjektive und gefühlte Sache. Also Zeitwahrnehmung ist eindeutig auch subjektiv. Wenngleich man auch da sagen kann, das hängt von sozialen Kontexten ab. Also Sie haben es ja schon gesagt, im Wartezimmer vergeht die Zeit ganz langsam, weil ich natürlich eigentlich sozial stillgestellt bin. Ich kann da fast nichts tun, wenngleich wir uns heute mit dem Handy und anderen Dingen nachhelfen. Aber Zeit erleben, Zeiterfahrung wandelt sich. Das ist auch richtig, je älter wir werden, umso schneller scheint uns Zeit zu vergehen. Das kann jeder am eigenen Leib ganz gut nachvollziehen. Also wenn wir nur daran denken, wie lange uns als Kind sechs Wochen Sommerferien vorkommen, wie eine absolute Ewigkeit. Eigentlich hat da Zeit aufgehört und ein anderes Leben begann nach der Schule, wenn die Ferien beginnen. Und heute sagen wir manchmal, oh Gott, nur noch sechs Wochen und das setzt uns in Panik. Aber jenseits von diesem Alterungsprozess und dieser vermutlich physischen Komponente in der Zeitwahrnehmung, gibt es ganz interessante Zeitpsychologien. Man nennt das das Zeitparadox. Also wenn wir spannende Sachen machen, subjektives Zeitparadox, dann vergeht die Zeit in der Regel rasch und wir nehmen es kaum wahr. Also Zeit vergeht schnell, aber am Ende eines erfüllten Tages, bei dem viel los war, dehnt sich die Zeit plötzlich aus und wir haben das Gefühl, wir waren zwei Tage oder so. Weil es so intensiv war. Ja, weil es intensiv war und weil sich viele Erinnerungsspuren im Gehirn ablagern, vermutlich. Also das beste Beispiel dafür ist eine Reise. Also wenn wir in Erfurt losfahren morgens und dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, in München zu Abend essen und dann noch über die Alpen fahren und dann abends in Venedig sitzen, dann kommt uns das vor, als sei das zwei oder drei Tage gewesen. Dabei war es nur ein einziger Tag. Weil viel passiert ist, weil wir viele unterschiedliche Dinge gesehen haben und uns dabei auch angenehm stimuliert gefühlt haben. Und umgekehrt ist es, wenn wir den ganzen Tag im Wartezimmer sitzen, also wenn es jetzt nicht um eine lebensbedrohliche Krankheit oder sowas geht, dann passiert ja fast nichts und die Zeit dehnt sich wahnsinnig lange. Eine Stunde kommt uns wie ewig vor. Man guckt auf die Ohren und denkt, kann doch nicht wahr sein, erst zehn Minuten rum. Aber am Ende eines solchen Tages hat man das Gefühl, man ist gerade erst aufgestanden, weil nichts zurückbleibt. Also wenn Zeit rasch vergeht, dehnt sie sich, wird sie langsam oder dehnt sie sich in der Erinnerung. Wenn sie aber langsam vergeht, dann schrumpft sie in der Erinnerung. Und meine eigene Diagnose ist, dass es da ein weiteres Zeitparadox gibt. Ich nenne das das Fernsehparadox, weil wenn wir den ganzen Tag Fernseh gucken oder übrigens auch Fernseh zappen, dann vergeht Zeit auch rasch. Also man denkt, ich will nochmal kurz durch die Sender zappen und ist dann vielleicht drei Stunden dran. Und natürlich hat man viel erlebt und es ist viel los und manches war vielleicht auch spannend. Aber wenn ich ausschalte, habe ich das Gefühl, die Zeit schrumpft zusammen. Da bleibt nichts zurück. Wenn ich den ganzen Tag Fernseh zappe, dann ist am Ende des Tages auch nichts mehr übrig, sodass ich ein Kurz-Kurz-Muster plötzlich habe, was eigentlich neu ist in der Zeitpsychologie. Und ein bisschen glaube ich, dass man zeigen kann, dass die sozialen Bedingungen sich so ändern, dass wir insgesamt nach einem Kurz-Kurz-Muster leben. Also die Zeit vergeht ganz schnell während des Handelns, aber es bleibt trotzdem nichts zurück am Ende eines Tages oder eines Jahres, weil es uns nicht gelingt, die Erlebnisse, die Aktivitäten anzuverwandeln, zu einem Teil unserer Identität und Biografie zu machen. Woher kommt nun dieser Zeitdruck, der ja viele Leute krank macht? Also wir erleben ja massiv depressive Erkrankungen, Hauterkrankungen. Jeder hat, aber jedem wirkt sich das irgendwie anders aus. Der eine kriegt Kreis- und Haarausfall, der andere Herzprobleme. Der nächste sinkt in Depressionen, ist überfordert von dem Rhythmus, von der Zeit, von der Schnelligkeit. Das kann man ja aller Orten beobachten. Ist das nur das Arbeitsleben, sozusagen das schneller werdende Arbeitsleben, die Anforderung? Oder ist es das ganze kulturelle Umfeld, was irgendwie schneller geworden ist, unser soziales Miteinander? Ja, ich glaube, dass da mehrere Dinge zusammenkommen. Natürlich spielt das Arbeitsleben eine wesentliche Rolle, weil Menschen fühlen sich insbesondere in der Arbeit gestresst. Und das größte Problem ergibt sich, glaube ich, daraus, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich immer mehr steigern, sie müssen immer mehr leisten, ohne dass es irgendeinen Zielhorizont gibt, den sie verwirklichen wollen. Also genau genommen sagen Arbeitnehmer sehr häufig, es wird einfach jedes Jahr schlimmer. Also es wird immer wehre, ist ja auch kein Wunder, wenn man Menschen wegrationalisiert oder Prozesse optimiert, dann ist die Idee immer, dass man noch ein bisschen mehr unterbringt in einem bestimmten Tag. Also Arbeit ist ganz wichtig, aber die Logik, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, die kapitalistische Logik, dass man Kapital akkumulieren und steigern muss und vor allen Dingen sich in Wettbewerbssystemen bewegt, betrifft ja nicht nur jetzt die ökonomische Seite und die Arbeit, sondern zum Beispiel auch sowas wie Bildung und kulturelles Kapital. Das heißt, Menschen haben das Gefühl, oh, ich sollte mal wieder was lesen, ich sollte vielleicht was hören, ich sollte noch eine Fremdsprache lernen oder so etwas. Es betrifft soziales Kapital. Es ist ganz wichtig, dass wir Freundschaften pflegen, Netzwerke haben, auch mal wieder Bekannte treffen und so weiter. Es betrifft Körperkapital. Es ist wichtig, dass wir fit sind, dass wir attraktiv sind, dass wir kreativ bleiben, sodass selbst das Entschleunigen zu einem Stressfaktor wird, dass man nämlich sagt, ich müsste endlich mal wieder ein Wochenende ausspannen. Ich muss vor allem nochmal Yoga machen, ganz schnell. Richtig, ja, oder Meditationen oder sonst etwas. Sodass das Gesamtleben in der Gefahr steht, zu einem Akkumulationsprojekt zu werden. Also jede, sobald ich mal nichts tue oder wirklich die Seele baumeln lassen, verschenke ich eben nicht nur ökonomisches Kapital im Sinne von Benjamin Franklin, bedenke, dass Zeit Geld ist, sondern ich verschenke auch kulturelles Kapital, bedenke, dass Zeit Bildung ist. Ich hätte mich an der Zeit, ich hätte Goethe lesen können. Bedenke, dass Zeit Beziehungen ist. Ich hätte Freunde treffen können oder mich da drum oder dort drum kümmern können. Bedenke, dass Zeit Fitness ist. Ich hätte ins Fitnessstudio gehen oder spazieren gehen können. Das heißt, was immer wir tun, stehen wir unter dem Druck, eigentlich in allen Hinsichten uns optimieren zu müssen. Und das führt unter Umständen zu solchen Dingen, wie Sie sie geschildert haben, nämlich pathologischen Erscheinungen. Das heißt, unsere Welt, unser Leben, unsere Gesellschaft ist durchkapitalisiert. Das ist nicht nur das Arbeitsleben, das ist ein wahnsinniger Druck und alles ist Verwertungsmechanismen unterworfen. Und wir haben das schon, habe ich das Gefühl, verinnerlicht, schon im Kopf drin. Das ist gar nicht mehr der Druck von außen, sondern der Druck, den man sich selbst macht. Also die Soziologen sprechen da häufig von Habitus. Das heißt, es ist wirklich eine angeeignete Lebensorientierung, die sich sogar körperlich bemerkbar macht. Also wenn sich nichts bewegt und wir lange warten müssen, werden wir physisch unruhig und wir tasten nach dem Handy oder sonst etwas, um die Stimulationsdichte wieder zu erhöhen. Und tatsächlich würde ich sagen, diese Prozesse, die ich auch mit meinen Kollegen Dörr und Lessen, ich in Jena untersuche, also Landnahme, Aktivierung, Beschleunigung, das sind so drei Vorgänge, mit denen wir unter Strom und Druck gesetzt werden, die sind schlimmer, wenn man sie internalisiert hat. Man sieht das so ein bisschen, da gibt es Unterschiede natürlich in sozialen Schichten. Es gibt natürlich Arbeitsplätze zum Beispiel, wo der Druck eindeutig von außen kommt, wo der Chef einfach wahnsinnig Druck macht. Aber ich glaube, im Blick auf diese Verinnerlichung solcher Beziehungen sind Eliten nicht unbedingt besser dran, weil die es wirklich verinnerlicht haben, sodass irgendwie die To-Do-Liste nie abgeschlossen ist und die Arbeit einfach nie aufhört. Ich spreche mit Hartmut Rosa über Beschleunigung und Entfremdung und die Versprechung der Moderne nach einer kurzen Musik. Wieder von Bill Evans mit dem Stück Autumn Leaves. Zu Gast im Studio der Sozialtheoretiker Hartmut Rosa. Er ist Leiter des Max-Weber-Kollegs, also neu in Erfurt und zu Gast im Studio. Und wir plaudern über Zeit, die sozial konstruiert ist, die irgendwie subjektiv empfunden ist und die sich schwer steigern lässt. Wir können alles steigern in diesen Zeiten, in dieser Gesellschaft, in diesem Gesellschafts-Thema mit der Zeit. Die können wir schwer manipulieren. Und die Zeit schreibt, er hat darin die Moderne, also er, Hartmut Rosa, als einen Steigerungsmechanismus mit apokalyptischem Ausgang beschrieben. Naturkatastrophen, Finanzkrisen und soziale Unruhen. Das klingt ja heftig. Also die Zeit ist ein Steigerungsmechanismus und die Moderne mit apokalyptischem Ausgang. Stehen wir kurz davor, vor dem apokalyptischen Ausgang? Denn man kann es ja beobachten, also Naturkatastrophen, Finanzkrisen, die wieder vor der Tür stehen, soziale Unruhen, die ja selbst in Europa, in Südeuropa zu erleben sind. Stehen wir vor der Apokalypse, wenn wir nicht aufpassen? Also der letzte Satz wäre dann wichtig, wenn wir nicht aufpassen, weil ich glaube, es hat keinen Sinn und es ist auch nicht berechtigt, diese Apokalypse-Drohung ständig zu überziehen. Das hat eher einen gegenteiligen Effekt. Ich glaube, wir haben es gerade auch in der Öko-Krise gesehen. Als ich jung war, hat man davor gewarnt, dass bis, ich erinnere mich, da war ich in der Schule und dann hieß es irgendwie, ja, bis in ein paar Jahren werden alle Wälder tot sein und alle Seen umgekippt und man kann nur noch mit Gasmaske raus und so ein Zeugs. Und das ist natürlich alles nicht eingetreten. Und was ich überhaupt nicht sagen will, ist, dass diese, die Steigerungslogik und die Beschleunigungsmechanismen der Moderne notwendig in die Apokalypse führen. An der Stelle ging es mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass es da so eine Art Autopilot gibt. Das heißt, eine Steigerungslogik, die keinen internen Begrenzungsmechanismus hat. Im Prinzip ist dieses Steigerungsspiel unabschließbar. Also moderne Gesellschaften beruhen darauf, dass sie, oder sie stabilisieren und reproduzieren sich darüber, dass sie immerzu wachsen müssen. Man sieht das ganz leicht an der Sache des Wirtschaftswachstums. Wir müssen unbedingt Wachstum haben. Nicht, weil es eine spezifische Knappheit gibt, die wir überwinden müssen, sondern weil wir sonst unseren Status Quo nicht erhalten können. Wir verlieren Arbeitsplätze, Firmen schließen, die Staatseinnahmen sinken, die Ausgaben steigen, weil die Arbeitslosigkeit steigt. Dann kommt es zu einer Schuldenkrise und schließlich zu einer Delegitimation des politischen Systems. Alles davon kann man im Moment in Griechenland sehen, wo es eben nicht wächst. Und das Problem ist eben, dass diese Wachstumslogik mit einer Beschleunigungslogik und mit dem Zwang zu permanenter Innovation einhergeht und im Prinzip kein Ende hat. Also wenn Sie einen Ökonomen fragen, wann ist es denn eigentlich mal genug, dann kann der nicht anders als sagen, ja niemals, es muss immer weitergehen. Und das, glaube ich, wenn da keine Änderung erfolgt, wird es irgendwann geradezu notwendig zu apokalyptischen Konsequenzen führen, die man sich als Ökokrisen oder sonst etwas vorstellen kann. Ich glaube aber, dass es eine gewisse Tendenz gibt, oder sagen wir mal so, es gibt ein untergründiges Gefühl, dass da was nicht stimmt an einem System, an den sozialen Mechanismen. Und ich glaube, dass wir sogar, also manchmal denke ich mir, wir haben offensichtlich sowas wie eine Sehnsucht, dass wir dafür bestraft werden. Weil nämlich jeder, also man kann nicht jeden Taifun und jedes Erdbeben als Folge menschlichen Fehlverhalten zu interpretieren. Weil das, das haben wir schon im Mittelalter gemacht, als die kleine Eiszeit begann, dachten Menschen, ja das muss daran liegen, dass wir so einen sündigen Lebenswandel haben oder haben sie als erstes mal Hexen verbrannt. Und irgendwie stelle ich fest, gerade ja auch aktuell mit dem Taifun in den Philippinen, es gibt irgendein untergründiges Verlangen geradezu zu sagen, boah, jetzt kriegen wir die Strafe, also offensichtlich bestraft und so einer. Und das finde ich gar nicht so gut, weil ich glaube, wir müssen nicht mit Strafen oder Apokalypsen operieren, sondern wir können einfach mit einer nüchternen Analyse sehen, dass diese permanente Beschleunigung des Lebens das Leben nicht besser und uns nicht glücklicher macht. Trotzdem ist sie da, diese Todessehnsucht, das spüre ich auch und merke ich an mir, denke ich, Mensch, wenn es mal den Finanzcrash gäbe, dann könnte man neu anfangen, da werden die ganzen Nullen weggestrichen, dann gucken wir mal und fangen irgendwie neu an. Das ist jetzt nicht besonders wissenschaftlich und wirtschaftswissenschaftlich schon auch gar nicht, aber es ist irgendwie permanent da. Und dieses diffuse Gefühl, was Sie beschreiben, dass irgendwas mit unserem ökonomischen System nicht stimmt, dass irgendwas nicht stimmt, ist ja auch da. Was machen wir denn jetzt damit? Das ist interessant, dass Sie das so beschreiben, weil für Hannah Arendt sagt, oder Hannah Arendt, die Philosophin und Volleyphilosophin sagt, es gehört zu dem wichtigsten Merkmal des Menschseins, dass wir neu anfangen können, dass wir nicht gezwungen sind, Ketten, Prozessketten einfach fortzusetzen. Und erst da, wo wir wieder wirklich handeln, entsteht wirklich wieder Welt und Leben. Und deshalb glaube ich, es gibt so eine Art von Sehnsucht, wie Sie gesagt haben, nochmal neu anzufangen, weil wir dann nur Leben spüren können und ein Weltverhältnis nochmal aktiv entwickeln. Und ansonsten laufen wir immer nur in Hamsterrädern oder in Zwängen, die wir selber geschaffen haben. Und ich glaube, da liegt die ganz große gesellschaftliche Aufgabe vor uns, weil es ist ja schon so, dass die Moderne angetreten ist mit dem Versprechen. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen, dass wir eben nicht uns abhängig machen von Zwängen, weder von der Kirche noch vom König noch von Naturvorgaben, sondern dass wir selbstbestimmt Leben gestalten, unser Individuelles und unser Kollektives. Und genau diese Selbstbestimmungsfähigkeit drohen wir einzubüßen, wenn es uns nicht gelingt, dieser Dynamisierungslogik etwas entgegenzusetzen. Sie sprechen von dem Versprechen der Moderne. Was war denn das Versprechen der Moderne, bevor wir dazu kommen, dass es gebrochen wurde möglicherweise? Also ich meine, es gibt einen langen und wahrscheinlich auch noch lange anhaltenden Streit, wenn Sie so wollen, zwischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern auf der einen Seite und Geisteswissenschaftlern auf der anderen, dass nämlich Geisteswissenschaftler denken, es waren die Ideen der Aufklärung, die neue Vorstellungen von Freiheit und auch von Moral und von menschlichem Leben, die eine Änderung hin zur Neuzeit bewirkt haben. Also die Autonomieversprechen, die das dann irgendwann auch zu Demokratie und anderen Vorstellungen geführt hat, der Aufklärung hat das Zeitalter gewandelt. Und Leute wie Marx würden natürlich sagen, nein, die Ideen der Aufklärung waren eigentlich eine notwendige Folge einer Änderung in der Wirtschaftsweise, im Produktionssystem, also hin zu einem kapitalistischen System, das sich hinter dem Rücken der Akteure vollzog. Und Systemtheoretiker würden etwas Ähnliches sagen, dass sie sagen, naja, die Differenzierungsform der Gesellschaft hat sich gewandelt. Es kam zu einer Ausdifferenzierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche wie Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und so weiter. Und in deren Gefolge erst hat sich das Denken geändert. Das heißt, der Kapitalismus mit dem steigenden Wohlstand hat diese Form von Freiheit gebracht? Ja, genau. Also diese Form von Freiheit, wo Marx ja ein bisschen zynisch oder absichtlich zynisch vom doppeltfreien Lohnarbeiter spricht, der zwar nicht mehr irgendwie Leibeigener oder Sklave ist, aber eben auch frei. Hat die Freiheit, seine Haut zu Marken zu tragen. Richtig, er ist frei von Produktionsmitteln und muss dann deshalb arbeiten. Aber auf was es mir ankommt, ist zu sagen, dass unabhängig von dieser Frage, was jetzt zuerst kommt und wie die Verflechtungen da sind, die Moderne als Projekt von der Idee, von dem Wunsch, von dem Versprechen lebt, dass Menschen selbstbestimmt leben können. Und das heißt einerseits, dass sie sich zu befreien vermögen von politischen oder religiösen oder sonstigen Vorgaben, aber auch von materiellen Zwängen, von Knappheit, Elend und Not und von permanentem Daseinskampf durch die Steigerung der Produktivitätskraft, nicht zuletzt, aber auch durch wissenschaftlichen Fortschritt, durch politische, durch Demokratisierung zum Beispiel, das ist immer angetrieben von einer ganz starken, wie Charles Taylor, in gewisser Weise mein Lehrer sagen würde, von einer starken Wertung, dass nämlich diese Idee von Freiheit, von selber gestalten dürfen. Ein wahnsinniges, starkes Antriebsmittel ist, das ganz stark einerseits die Kultur der Moderne bestimmt, aber andererseits auch heute noch unsere individuelle Lebensführung. Wir führen ja als Soziologen häufig biografische Interviews mit Menschen und lassen geradezu deren Lebensgeschichte uns erzählen. Und es ist auffällig, dass da zwei Werte immer wieder vorkommen. Eines ist dieses Autonomieverlangen, dass einem Leute sagen, und mein Vater wollte, dass ich das mache, aber ich habe gesagt, nein, ich mache, manchmal machen sie gerade deshalb das Gegenteil, um sich nicht bestimmen zu lassen. Oder mein Chef wollte von mir, aber ich habe nein gesagt. Also dieser Anspruch, selber bestimmen zu dürfen, ist ganz, ganz stark das Autonomieverlangen. Und auch sowas wie eine Authentizitätssehnsucht, nämlich sich nicht verbiegen zu müssen, sich treu bleiben zu können, so leben zu können, wie es in uns angelegt ist. Diese beiden Ideale bezeichnen ich als ein Versprechen der Moderne. Und das Problem besteht eben darin, dass man eigentlich sieht, dass diese Autonomiespielungen und selbst die Authentizitätsvorstellungen sich nicht aufrechterhalten lassen in einem System, das im Wesentlichen von Hamsterrädern getrieben wird. Vordergründig scheinen ja diese Versprechen eingelöst zu sein. Sie sprechen ja von einem Paradoxon. Wir haben auf der einen Seite die totale Freiheit, wir haben maximale Freiheiten, Individualisierung. Also wir können tun und lassen, was wir wollen. Das wird sogar von uns verlangt. Ja, also früher in hierarchische Strukturen, wo gesagt, mach doch das, mach das. Jetzt sag, du musst doch selber entscheiden, was du machen kannst. Du kannst aussehen, wie du willst. Du kannst mit wem leben, wie du willst. Du kannst tun, was du willst. Entscheidungen treffen. Du kannst überall hinfahren. Scheinbar maximale Freiheit. Auf der anderen Seite das Gefühl von Fremdbestimmung und diese schrankenlose Anpassung. Woher kommt dieses Paradoxon? Also das ist ja scheinbar ein Widerspruch, aber das ist eigenartig. Da kommt Verwirrung in meinem Kopf auf. Ja, diese Verwirrung hat mich angetrieben, der Sache mal auf den Grund zu gehen, weil mir wirklich aufgefallen ist, dass Menschen, also eigentlich je reicher die Gesellschaft ist, umso mehr rechtfertigen sie vor sich und vor anderen das, was sie tun mit dem Satz, ich muss jetzt dringend, das kennt wahrscheinlich jede Hörerin und jeder Hörer, was immer sie gerade tun, wenn sie sagen, ich muss jetzt aber dringend nach der Wäsche gucken oder die Kinder abholen oder die Mails checken oder einen Antrag schreiben oder egal was es ist, aber wir haben immer das Gefühl, dass die To-Do-Listen immer länger werden. Das, was wir müssen und am Ende des Tages haben wir wieder nicht getan, was wir alles hätten tun müssen und falls es uns gelungen ist, haben wir nicht genug entschleunigt oder waren wir zu schnell. Das heißt, und anders ist es bei armen Kulturen, die kaum Ressourcen haben. Natürlich gibt es da auch andere Fälle, aber sehr häufig bei traditionellen Lebensformen, die kämen nicht auf die Idee, den ganzen Tag zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss und ich wollte wissen, woher kommt das eigentlich, dass wir daran das Gefühl haben, wir müssen und die eben nicht und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was wir zum Atem, zu Eingang des Gesprächs besprochen haben, mit dieser Logik, dass man permanent Ressourcen steigern muss und natürlich hängt das, wiederum ist das verknüpft mit der Tatsache, dass moderne Gesellschaften wettbewerbsförmig organisiert sind. Wir vergeben alles, was wir haben, wir nennen das Allokation, nach der Logik von Wettbewerb, also nicht nur jetzt materielle Güter, Einkommen oder so etwas, sondern natürlich auch Privilegien, also wer darf senden zum Beispiel, aber auch wer darf Professor werden oder wer darf regieren, das wird in einem Wettbewerbssystem ausgehandelt, der Bessere oder der Beste, wie immer der Bessere oder Beste dann bestimmt wird, aber auch zum Beispiel, wer hat wie viel Anerkennung oder Ansehen, aber auch wer hat welche Freunde, das können Schülerinnen und Schüler schon auf dem Weg zur Schule sehen, wer sitzt neben wem, wer geht neben wem, wer wird zur Party eingeladen und wer eben nicht, das ist nicht mehr irgendwie ständig oder sonst wie vorbestimmt, sondern wird durch Wettbewerbslogiken allmählich entschieden und natürlich gilt es erst recht für Lebenspartnerinnen und Partner und in einem Wettbewerbssystem gibt es sozusagen keine Ruhe, denn die Konkurrenz schläft nie und die Folge davon ist, dass wir permanent gezwungen sind, unsere Kapitalausstattung zu verbessern, zu optimieren, also Menschen geraten unter Optimierungszwänge in aller Hinsichten, wir sollen fleißiger sein, wir sollen besser umgehen mit unseren Ressourcen, wir sollen Bildung erwerben, wir sollen fitter sein, schöner sein, attraktiver, bessere Eltern, bessere Kinder, weil wir uns auch um die Eltern zum Beispiel kümmern müssen und so weiter. Man kann in allen Lebensbereichen sich schrankenlos optimieren, das nimmt ja inzwischen die Form an dieser Quantified-Self-Bewegung, die dann, wo man Menschen tatsächlich mit Armbändern die Zahl ihrer Schritte messen und die Zahl ihrer Kalorien und die genau ausrechnen pro Tag, wie viel sie ausgegeben und eingenommen haben, immer mit der Idee, wenn ich über die Zahlen habe, kann ich mein Leben verbessern, kann ich diese Zahlen optimieren und in Wahrheit machen wir uns damit todunglücklich und das ist erstaunlich, dass wir das nicht unbedingt auf Anhieb sehen. Die Wertkritiker sagen ja, wir geben allen einen Wert und auch in unseren persönlichen Beziehungen, im sozialen Umfeld, es ist alles gewertet, es hat alles einen Wert und das ist irgendwie ein Tauschgeschäft und das ist das Problem, dass wir alles verwerten und einem Wert geben und sagen, also selbst in persönlichen Beziehungen, ich gebe was, kriege was dafür, diese Verwertungslogik, ist das so ein Kernpunkt? Ich glaube, dass das ein Kernpunkt ist und dass wir uns natürlich darüber oft gar nicht im Klaren sind. Ich meine, die meisten Menschen würden sagen, nein, es kommt mir nicht hauptsächlich oder nicht immer aufs Geld an oder so, aber wie gesagt, ich finde, Geld ist nicht das Einzige, was wir einsetzen als Kapital, sondern auch Beziehungen, Gesundheit, Bildung und diese Kapitallogik ist wirklich eine, von der ich glaube, dass die letzten Endes zu einem entfremdeten Weltverhältnis führt, nämlich zu einem instrumentellen, wir betrachten alles eigentlich unter dem Aspekt der Nützlichkeit, nicht nur der ökonomischen, sondern alle Arten von Nützlichkeit und was ich versuche zu tun, woran ein Buch, an dem ich gerade schreibe, ist eins zu sagen, okay, was wir also brauchen, ist ein anderer Maßstab, man könnte sagen für Wert, aber eigentlich will ich gar nicht den Wertbegriff verwenden, sondern die Frage ist, wann gelingt ein Leben und wann gelingt unser Leben, wann fühlen wir uns glücklich in einem nicht trivialen Sinne und ich glaube, dass die Antwort darauf dann eben nicht lautet, wie viele Ratgeber uns nahelegen oder wie wir manchmal auch selber zu denken geneigt sind, dass wir nämlich dann glücklicher sind, wenn wir mehr Ressourcen haben, also gesünder sind, mehr Geld haben, bessere Beziehungen oder bessere Bildung oder höhere Anerkennung haben, sondern dann, wenn wir in Resonanzverhältnissen leben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer Art und Weise in die Welt eingebettet sind, dass wir in der Welt auf eine Art und Weise stehen, dass es zu Antwortverhältnissen kommt, zu einer Art von organischen Wechselbeziehungen mit anderen Menschen, aber auch mit der Natur, mit den Dingen, die wir tun, mit Kunst oder Kultur und man kann messen, man kann so etwas, wenn Sie unbedingt messen wollen oder man kann es beobachten, dort, wo wir das Gefühl haben, dass wir wirklich berührt werden, dass uns eine Sache wirklich berührt oder ergreift oder bewegt, das sind solche Resonanzmomente oder Resonanzerfahrungen und jeder weiß, dass manchmal, zum Beispiel unter hohem Stress, wir eben uns gar nicht mehr berühren lassen können oder bewegen lassen können und häufig geht es auch mit dem Gefühl einher, dass wir nichts mehr bewegen oder erreichen außer uns. Also wenn Menschen Burnout erleiden, häufig ja am Arbeitsplatz oder im Kontext mit Arbeitserfahrungen, dann kommt fast immer, wenn man die interviewt oder wenn man deren Berichte liest, kommt fast immer irgendwo der Satz, es kam nichts zurück, ich habe gearbeitet, aber es gab keine Antwort, ich habe keine Resonanz gespürt im wahrsten Sinne des Wortes. Das hängt mit Anerkennungsstrukturen zusammen, aber einfach auch damit, dass man das Gefühl hat, ja man kann da draußen was bewegen, erreichen, eine Spur hinterlassen und man wird bewegt, ergriffen oder berührt. Also diese Verflüssigung des Weltverhältnisses ist glaube ich etwas, was das Leben gut macht und deshalb hoffe ich, dass es eine Chance gibt, da umzudenken, weg von der Verwertung und der Steigerung hin zu einer Resonanzorientierung. Ist das die Entfremdung, von der Sie sprechen, was Sie jetzt beschrieben haben? Ja, das Gegenteil von Resonanzerfahrungen bezeichne ich als Entfremdungserfahrungen, was ich auch deshalb für eine fruchtbare Herangehensweise halte, weil der Entfremdungsbegriff ja deshalb aus der Mode gekommen ist in der kritischen Theorie und der Sozialphilosophie, weil wir nie so genau wussten oder sagen konnten, was das Gegenteil von Entfremdung ist. Also wer Entfremdung sagt, muss eine Idee eines nicht entfremdeten Lebens haben. Sie sagen, das Gegenteil von Entfremdung ist die Resonanzerfahrung. Ja genau, weil nämlich, wenn man sich das anguckt in der kritischen Theorie oder in der linken Philosophie, war Entfremdung lange Zeit ein starker Begriff, schon bei Marx angelegt natürlich, aber die Idee war immer, das nicht entfremdete Leben ist eins, das der wahren Natur des Menschen entspricht. Was ist das? Also ich kann mir vorstellen, was entfremdete Arbeit ist, jetzt nach Marx, aber was ist das Gegenteil? Sie sagen Resonanzerfahrung, was ist das Gegenteil von Fremde, Heimat, Zuhause sein, was ist das? Ist da nicht die Gefahr, dass man in so eine esoterische Richtung ruft und sagt, okay, jetzt fangen wir mal an, uns auf uns zu beziehen. Das merkt man ja bei vielen politisch Engagierten, die im Alter dann tatsächlich in die esoterische Richtung gehen und eine knallharte Gesellschaftskritik auch an ökonomischen Systemen vermissen lassen, sagen, naja, ich beschäftige mich mit mir und mit meinen Resonanzerfahrungen. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man dann tatsächlich nicht mehr klar sieht? Die Gefahr besteht wahrscheinlich schon, aber es ist nicht notwendig so. Also natürlich ist Resonanz ein tendenziell gefährlicher Begriff, weil er esoterisch oder anderweitig belegt oder verwendbar ist. Aber ich finde, das kann uns ja nicht, also ich finde, solche Probleme können uns nicht daran hindern zu denken und zu analysieren. und ich finde oder ich glaube, dass ich die Analyse relativ weiß getrieben habe mit diesem Beschleunigungsbuch und auch mit dem, was wir jetzt in Jena betreiben als im Postwachstumskolleg mit der Idee dynamischer Stabilisierung. Da haben wir die Steigerungszwänge ganz gut erfasst. Aber ich war irgendwann frustriert, weil Menschen immer gesagt haben, ja schön und gut, das glauben wir jetzt, wir sehen, da gibt es ein Problem, aber was ist die Lösung? Und dann hat man mir nahegelegt, sage ich jetzt mal, gerade auch von Medienseits, ja Entschleunigung. Wenn ein Beschleunigungsproblem ist, ist Entschleunigung die Lösung. Und das wollte ich eben auf keinen Fall. Und ich wollte es mir aber auch nicht zu leicht machen und zu sagen, ja müssen wir halt den Kapitalismus abschaffen. Ich glaube übrigens, dass wir ihn abschaffen müssen oder wenigstens transformieren müssen. Aber ich glaube, dass er nicht das einzige Problem ist. Das Problem liegt im Weltverhältnis, in der Weltbeziehung der Menschen begründet. Und deshalb glaube ich, dass man eine saubere Resonanztheorie hinkriegt, die nicht auf esoterische Flucht hin zielt. Deshalb sage ich, also oder habe ich gerade geschrieben, dass das, was ich tun will, eine Kritik der Resonanzverhältnisse ist. Also nicht der individuellen Resonanzsuche oder Vermeidung, sondern der sozialen Bedingungen, die ein Weltverhältnis ermöglichen. Das übrigens in der kritischen Theorie-Tradition ganz stark beschrieben wurde bei Marcuse, bei Benjamin, bei Adorno, die immer darauf hinaus wollten, dass eine andere Weise des in die Welt gestellt Seins der Weltbeziehung möglich sein muss. Und in dieser Traditionslinie möchte ich mich verorten und ich hoffe, damit dann auch nicht in die Esoterikfalle zu tappen. Das heißt, der Kapitalismus muss transformiert werden. Wir brauchen eine Änderung des ökonomischen Systems. Das ist das eine, damit dieser Druck, dieser Zeitdruck und dieses Menschenunwürdige irgendwie mal weg ist. Aber das ist nicht die Lösung. Dann geht es erst mal richtig los und dann müssten wir anfangen. Bei nun anfangen geht ja nicht. Also das heißt, es ist ein Prozess. Sind Sie, was diesen Prozess betrifft, eher hoffnungsvoll und sagen, naja, das geht irgendwie oder sind Sie jemand, der dann auch so eine Todessehensweise hat und sagt, naja, es wird erst mal einen Zusammenbruch brauchen auf der Ebene. Kurz spricht ja von Barbarisierung in der ganzen Welt, dass dann, wenn ökonomische Systeme zusammenbrechen, dann tatsächlich barbarische Verhältnisse auftreten und die Menschen dann erst mal aufeinander losgehen, was ja in Teilen der Welt zu erleben ist. Sind Sie da eher auf der Seite der Todessehensuchtskandidaten oder sind Sie eher ein hoffnungsvoller Mensch oder beides? Also wenn ich mich entscheiden muss, dann glaube ich, dass ich eigentlich sogar eher ein hoffnungsfroher Mensch bin, wenngleich meine Vorträge und häufig auch das, was ich schreibe, eher den apokalyptischen Ton annehmen. Aber Sie tun das in einer gewissen Absicht, nämlich zu sagen, Leute, guckt mal, wenn wir so weiterlaufen, dann läuft dieses Schiff in den Abgrund. Aber ich will nicht akzeptieren und ich finde, wir sollten auch nicht akzeptieren, dass der Autopilot nicht auszuschalten ist. Also ich glaube wirklich, dass wir da die Verantwortung haben, auch als Menschen zu sagen, okay, lass es uns versuchen, nach den besten Mitteln und Möglichkeiten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Also ich sage häufig, dass es wirklich nicht klar ist, ob möglicherweise die technische Entwicklung uns dermaßen überholen wird, dass ganz neue Formen von neuen Wesen entstehen, geradezu, transhumanistische Hybridwesen bei den Computertechnologien und Gentechnologien so miteinander fusionieren und meinetwegen eine weltweites sensorisches oder sogar intellektuelles System schaffen, von dem wir keine Ahnung haben, wie sie jetzt aussieht. Das mag schon sein, aber ich glaube, dass ich die Aufgabe habe und dass wir alle das haben, mit den besten Mitteln und den uns jetzt zur Verfügung stehenden Wertmaßstäben versuchen, Welt und Leben besser zu machen oder in Ordnung zu bringen und daran möchte ich arbeiten und dafür braucht man natürlich eine Art von Grundoptimismus. Welche Aufgabe hat denn die Wissenschaft? Sie sind ja in der Universität Jena und im Max-Weber-Kolleg, die Wissenschaftler machen da so ihr Ding, die sind nicht richtig im Tagesgeschäft drin und in der Politik mischen sie sich gar nicht ein. Welche Rolle sollte die Wissenschaft in diesem Transformationsprozess spielen oder kann sie spielen? Also ich glaube, dass solche Einrichtungen wie auch das Max-Weber-Kolleg hier an der Uni Erfurt da tatsächlich eine ganz wichtige Rolle haben, weil sie Reflexionsorte darstellen. Von mir aus kann man es sogar als Reflexions-Oasen bezeichnen. Allerdings setzt es voraus, was ich für ganz wichtig halte, dass man die tatsächlich auch ein bisschen entlastet von diesem Dauerdruck. Also man kann schon feststellen, dass Wissenschaft und Universitäten und Wissenschaftler im Moment selber in Hamsterräder gezwungen werden, die ihnen genau diese reflexive Distanz nicht mehr ermöglichen, weil sie permanent Drittmittelanträge schreiben müssen, selber permanent und absichtlich in Wettbewerbszusammenhänge geschickt werden, was denen gar nicht gut tut. Also der Umbau des universitären und des Wissenschaftssystems ist wirklich darauf hinausgelaufen zu sagen, lass die in Dauer Wettbewerb treten und dazu noch möglichst prekär sie beschäftigen. Also es gibt nur noch ganz wenige Leute an der Uni, nämlich die Vorzeitprofessoren, die endfristete Stellen haben. Und die Idee ist, dann wird Wissenschaft besser. Und das glaube ich eben überhaupt nicht, weil nämlich, ich glaube eigentlich jede Kultur, besonders jede entwickelte Kultur, braucht Orte und auch Menschen, die in Distanz zu der Kultur treten und von außen sie versuchen zu reflektieren, zu interpretieren und dadurch auch Innovationspotenziale oder wenigstens Anpassungsmöglichkeiten zu schaffen. Und wenn eine Gesellschaft glaubt, dass wir uns das nicht mehr leisten können in dem Wettbewerbssystem, dann glaube ich, dass die apokalyptische Variante wirklich wahrscheinlicher wird. Und deshalb hoffe ich, und das ist auch mein Eindruck bisher, dass so ein Ort wie das Weber-Kolleg tatsächlich funktionieren kann als ein Reflexionsort, der interdisziplinär versucht, Prozesse zu deuten, auch in langen historischen Zusammenhängen und über unterschiedliche gesellschaftliche Grenzen hinweg. Und dann, glaube ich, können wir eine Rolle spielen in einem Transformationsprozess. Transformation hat immer auch eine praktische Seite. Also ich finde, dieser alte, ich glaube von Schelling war es, der da gesagt hat, wenn ihr neue Ideen haben wollt, müsst ihr neue Praktiken entwickeln. Also das Denken kommt aus der Praxis. Ich glaube, das stimmt zum Teil. Es bedarf auch experimenteller, neuer Formen praktischen Lebens. Aber es bedarf auch reflexiver Distanz und reflexiver Begleitung. Und da hoffe ich, dass wir eine gute Rolle spielen können. Jetzt haben Sie über die Lehrkörper gesprochen, weil die Studierenden sind ja auch wichtig, wenn es diese Oasen gibt, wo diese Diskussion, dieser Streit möglich ist, dann wird ja auch weitergetragen in die Gesellschaft, weil Studierende ja irgendwann mal ins richtige Leben eintreten, ins Arbeitsleben und so weiter. Deswegen ist es wichtig, dass es diese Oase braucht und dass auch nicht Studierende unter diesem massiven Druck sind. Ja, genau. Also das ist die andere Seite. Ich glaube, ich würde es in den Zusammenhang nicht mal nur so formulieren, dass Studenten das dann weitergeben, sondern ganz im Gegenteil. Die Studenten tragen das Leben auch in die universitären Einrichtungen hinein, die häufig schon so eine Form von Elfenbeinturm annehmen, wo wir uns wechselseitig selber beschäftigen, in Zeitschriften und wissenschaftlichen Tagungen und eigentlich keinen Sinn mehr fürs Leben haben. Und da finde ich es wirklich großartig und ich bestehe auch immer darauf, Studenten hereinzuholen. Also eine große Fehlentwicklung des Unisystems ist, dass gerade die Leute, die für gut oder für exzellent bewertet wurden, eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lehre tätig sind. Die sind beschäftigt mit Forschungsanträgen und Exzellenzinitiativen und so ein Zeug und die lassen sich freistellen. Das wird auch immer als Versprechung politischerseits eingeführt. Wenn du erfolgreich bist, dann kannst du freigestellt werden von Lehre. Das halte ich für wirklich verhängnisvoll, weil das Leben, die Fusion von Wissenschaft und Lebenswelt findet über Studenten statt. Und die sind natürlich noch bei weitem nicht so verstrickt in diese Steigerungslogiken, sodass die kreativeren und innovativeren Impulse oftmals studentischerseits kommen. Und natürlich haben wir auch für die Studenten das System so umgebaut, dass sie die reflexive Distanz und die nötige Zeit kaum mehr haben. Ich glaube sogar noch schlimmer ist, dass das nicht mehr passiert, dass sie sich Universität als Lebensform aneignen, dass sie sich das anverwandeln. Man sieht das auch ein bisschen in der Sprachverwendung. Also studieren, die Frage ist, sind das Studenten und Studentinnen oder sind es Studierende? Und ich finde, Student oder Studentin ist eine Lebensform, eine Identitätsmerkmal. Und studieren ist etwas, was man im Sinne einer Dienstleistung tun kann. Und wir bauen die Uni so um, dass die ganz schnell ganz viel Leistungen bringen müssen und auch ganz schnell ganz viel Dienstleistungen von uns einfordern können. Dass aber diese Anverwandlung von Wissenschaft und Lehre kaum mehr stattfindet. Und auch das ist ein Problem, dem wir entgegentreten sollten. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft, dass Sie ein gutes Händchen haben im Max-Weber-Kolleg und ich hoffe, dass wir weiter plaudern, wenn Ihr neues Buch hat. Gibt es denn schon einen Titel dafür? Vermutlich wird es einfach nicht den Titel Resonanz tragen, weil das erste Buch war Beschleunigung als Problemdiagnose und das nächste wird Resonanz als potenzielle Antwort heißen. Also eine durchaus großartige Leseempfehlung hat Modrosa Beschleunigung und Entfremdung bei Sokamp erschienen und das neue Buch, da geht es um Resonanz. Darauf bin ich sehr gespannt und ich hoffe, Sie geben mir das Versprechen, wenn Sie das Buch, wenn das Buch draußen ist, dass wir dann wieder plaudern. Das machen wir sehr gerne, aber das kann noch eine Weile dauern, weil ich bin erst am Schreiben. Naja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß am Max-Weber-Kolleg, denn Spaß, Freude, das ist ja auch eine wichtige Sache. Ja, absolut. Das ist ein Resonanz im Moment. Ganz wichtiges Resonanz-Moment. Dankeschön Hartmut Rosa und alles Gute und danke fürs Gespräch. Dankeschön.